Die Ampelregierung hat ein 60 Milliarden Euro Loch entstehen lassen, was eigentlich für den ganzen Klimaschutz, Klimawandel mit vorgesehen war und dadurch werden jetzt Fördertöpfe klein und das bedeutet, dass die Handwerker wahrscheinlich nächstes Jahr wieder etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, um die Sachen, die sie eigentlich vorhatten, dann auch vielleicht mit Förderung zu erledigen, selber erledigen müssen. Und was die Auswirkungen sind und wie du nächstes Jahr trotzdem deine Kosten im Griff behält, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu diesem Video, mein Name ist Alex, Marvin ist auch wieder am Start und wir wollen heute mal darüber sprechen, nächstes Jahr werden die Kosten tendenziell ansteigen, also weiterhin ansteigen, vor allem natürlich auch Löhne und so werden ansteigen und wie kann der einzelne Handwerksbetrieb jetzt sich davor schützen, was kann er tun und was ist deine Geisteshaltung, mit der du ins nächste Jahr reingehen solltest. Ja und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem ganz offensichtlichen Thema Strompreissteigerung, ja auch diverse Heizmittel, sag ich mal übergeordnet, sind teurer geworden. Das sind alles Themen, die natürlich Betrieb auf zwei Arten betreffen können. Der eine Betrieb, das sind halt seine Fixkosten ein bisschen höher und bei dem anderen Betrieb ist der Strompreis oder die zahlen so viel Strom, gerade Fertigungsgetriebe, dass sie, also Wärme, Kälte, viel ist halt ein Riesenthema, dass sie da wirklich immense Ansteigerungen in den Kosten haben, also wirklich immens. Wenn die anderen vielleicht drei Prozent mehr zahlen oder vier Prozent mehr zahlen, sind es bei denen 30 Prozent oder 20 Prozent. Natürlich schon ein großes Thema, was man erstmal irgendwie lösen muss. Ja, man muss sich dann halt überlegen, okay, wenn die Kosten steigen, was kann ich machen und ja, man kann sich dagegen, man kann versuchen, sich dagegen zu wehren, aber am Ende muss man trotzdem zahlen so. Dementsprechend bleibt eigentlich kaum was anderes übrig, außer halt, ja klar, man kann auf der einen Seite schauen, wie man die Kosten reduziert, also generell im Betrieb. Da sind die meisten Betriebe aber schon auf relativ niedrigen Niveaus beziehungsweise sind da schon relativ weit unten und das ist auch meiner und unserer Ansicht nicht immer das Beste, weil wenn du jetzt die ganzen Kosten reduzierst und dann auch vielleicht noch bei Mitarbeitergehältern und so weiter einsparen willst oder gewisse Standards einfach in deinem Betrieb runterfährst, dann wird es ja auch immer weniger attraktiv, auch für Fachkräfte in deinem Betrieb reinzukommen. Dementsprechend ist unser Ansatz eigentlich ein anderer, ne? Ja, genau, also im besten Fall ist es so, dass du die Kosten halt stabil hältst. Vielleicht werden sie sich ein bisschen erhöhen, weil die Leute, wie gesagt, wollen ja auch mehr verdienen, bei denen steigen ja die Lebenshaltungskosten. Auf der anderen Seite geht es darum, einfach mehr Umsatz zu erwirtschaften und im besten Fall auch effizienter den zu erwirtschaften. Leute, klar, Preissteigerungen wirst du vornehmen müssen nächstes Jahr. Das ist in der Zeit, wo die Leute alle sehr unsicher sind, natürlich je nach Bereich sehr kritisch sein kann. Auf der anderen Seite kannst du aber auch deinen Betrieb einfach nochmal effizienter aufstellen und mit den Leuten, die du hast, einfach nochmal mehr zu leisten. Weniger Fehler, Anfälligkeit im Betrieb, generell effizientere Abläufe. Das alles kann dafür sorgen, dass ein Mitarbeiter einfach mal 20% mehr leisten kann in der gleichen Arbeitszeit. Und das ist dann halt wieder eine Sache, wo deine Lohnkosten im Verhältnis zu den Aufträgen wieder sinken sogar. Und 20% mehr musst du dir wahrscheinlich nicht bezahlen. Das heißt, du hast jetzt vielleicht sogar noch 10% mehr bezahlt, nochmal 10%, die du für die anderen Kosten dann nutzen kannst. Also das sind so alles Lösungen, die da möglich sind. Wichtig ist halt, dass du dich jetzt damit beschäftigst, an welcher Stelle in der Firma hast du halt Ineffizienzen, an welcher Stelle laufen da Dinge noch nicht so, wie sie sollten. Wir können dir mal ein, zwei Beispiele vielleicht mitgeben. Du hast oftmals Betriebe, 30, 40 Mann, die haben an einem 5, 6 Leute im Büro sitzen. Und dann suchen die auch noch weitere Leute oder haben drei Leute im Büro und sagen, wir brauchen noch zwei weitere, weil die kommen nicht klar. Und gerade im Büro sind die Abläufe so einfach systematisierbar. Da kannst du fast alles, was abläuft, komplett automatisieren, digitalisieren. Dafür sorgen, dass es kein Mensch mehr machen muss, nur noch ein Mensch am Ende mal drauf schaut, weil sonst zwei Stunden lang gearbeitet hätte. Und das sind Themen, wo du dann vielleicht sagst, okay, anstatt die zwei Leute jetzt einzustellen, die ich im Budget eingeplant habe, verteile ich über dieses Geld auf die anderen, die bei mir sind. Dann hat da jeder eine kleine Gehaltserhöhung. Und ich habe das Gehaltsthema schon mal abgehandelt, habe an der Stelle schon mal nicht noch steigende Kosten zusätzlich. Und kann vielleicht, wenn ich dann in der Montage, in der Werkstatt, wenn ich da auch noch ein paar Prozesse schaffe, die es effizienter machen, vielleicht sogar dafür sorgen, dass ich insgesamt mehr Geld verdiene. Das kann halt auch sein. Und letzten Endes ist es halt immer die Frage, auf was fokussiert man sich. Viele machen dann wirklich den Fehler, die fokussieren sich auf die Kosten, die sagen, okay, Werbebudgets reduzieren, alles reduzieren. Werbebudgets reduzieren ist eine ganz schlechte Idee gerade, ganz, ganz schlecht, weil die Leute eh unsicher sind. Und wenn die dich jetzt noch, anstatt dich zehnmal zu sehen im Monat, in irgendeiner Werbung, dich gar nicht mehr sehen. Nicht wissen, gibt es das Unternehmen überhaupt noch. Dann haben die vielleicht noch ein Angebot von dir vorliegen in der Zeit, wissen aber nicht, okay, irgendwie ist der nicht mehr so präsent. Und das ist ja alles, was Vertrauen irgendwie nimmt. Dann werden die auch weniger bereit sein zu zahlen. Außerdem bist du halt auch in der Lage, höhere Preise durchzusetzen, wenn du halt in der Region bekannt bist wie ein bunter Hund und die ganze Zeit sichtbar bist. Das hat ja so eine Strahlkraft, so Werbung. Ich meine, so Firmen, die man irgendwie im Fernsehen sieht oder in einer Zeitung oder im Internet oder so, das hat einfach mehr Strahlkraft. Und dementsprechend bist du dann, wenn du über einen längeren Zeitraum auch Werbung schaltest, bist du halt auch in der Lage, höhere Preise durchzusetzen, was wieder dieser Gesamtkonstellation halt hilft, wenn du da halt in der Lage bist, das durchzusetzen im Vergleich zu den Mitbewerbern, die halt nicht aktiv sind oder die gar nicht sichtbar sind. Die sind halt wahrscheinlich nicht in der Lage, dann so hohe Preise durchzusetzen, wie du es wärst. Richtig. Die werden mehr Diskussionen haben und werden das, was ihr im Marketingbudget vorne gespart habt, am Preis wieder nachlassen. Sogar meist doppelt und dreifach, weil das Werbebudget macht ja tatsächlich nur zwei, drei Prozent der Kosten pro Auftrag aus. Teilweise sogar noch weniger, wenn du viele Empfehlungen hast, da kannst du mal ein Prozent sein. Und ein Prozent Preisnachlass ist super schnell gewährt, versehentlich. Weil der Kunde sagt, ja, noch nicht ganz sicher, da müssen wir mal einen Preis machen. Dass er euch ein paar Mal gesehen hat und sagt, ja, das ist ein geiles Unternehmen, habe ich mir einfach eine Werbung gesehen, lass das machen. Also das sind Themen, du solltest halt wirklich schauen, dass, ja, fokussiere dich nicht auf die Kosten, fokussiere dich auf die Einnahmen und schau, dass du sichtbar bist. Schau, dass du wirklich präsent bist, weil das werden 90 Prozent Handwerksprobleme nicht tun. Und da hast du einfach schon mal gegenüber 9 von 10 einen großen Vorteil. Ja, soviel dazu. Wie sowas genau funktioniert, findest du natürlich auch auf dem Kanal raus. Deswegen lass ein Abo da. Lass auch ein Like da bei dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.